Herzlich Willkommen zurück bei Battlefield 3 mit mir, dem Jonny und der Manu ist auch dabei. Aber der ist noch am Nachjoinen, weil er vergessen hat, auf die Kopfhörer zu klatschen. Wir spielen Conquest Large, beziehungsweise Eroberung Groß Caspian Border. Als was soll ich im Rhein? Geh mal als Pionier. Warum ich gerade so ein Kacknub bin hier und mich in die AA gesetzt habe, liegt daran, dass ich alle Aufträge in Battlefield 3 geschafft habe. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Ich weiß es aber nicht. Falls nicht. Ich habe alle Aufträge in Battlefield 3 geschafft. Und als nächstes habe ich mir jetzt gesetzt, alle Fahrzeuge, den Fahrzeugen alles freizuschalten, was es gibt. Und mir fehlt auch nicht mehr so mega viel. Also ich habe schon Jet, Kampfhelikopter, normaler Tank habe ich schon durch. Und Flugabwehr habe ich fast durch. Und ich treffe den Scheißtyp gar nicht. Und deswegen bin ich halt, ey, deswegen bin ich halt gerade so ein Kacknub hier und muss mal ein bisschen, ein bisschen Nuben und nicht. Die können wir aufhören, auf die Übelse des Tats auf mich zu aufzuschießen. Ich kann die nicht anwesieren. Aua! Bin jetzt schon kampfunfähig. Während Manu sich im Nahkampf weiter betreibt, weil die AA ein Slot hat. Ja, ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Länger kein Battlefield 3-mal gespielt, überhaupt Battlefield. Ja, genau. Und wieder kampfunfähig. Danke, die Wibersel. Sag mal, haben die nichts Besseres zu tun, als direkt auf die Scheiß des AA raufzugehen. Musst hier gleich mal wegfahren. Oh. Hallo? Was? Von wo war... Der ist ein Scherz. Hm. Och, da, ja, das wusste ich nicht. Der hat mir jetzt nicht gerade ehrlich die AA geklaut, oder? Ich hoffe, du verreckst dran, ey. Ja, ich verreck, aber erst mal dran, das ist auch schön. Boah, ey. Ein Level-10er, ey, der hat's gar nicht verdient. Arschloch. Der sind nur Roten hier auf dem Spiel. Auf dem Spiel vorne. Okay. So, Manu ist tot. Jetzt kommen wir mal hier. Hallo. Gibt ja nicht ihn nur noch Fahrzeuge, die ich levelen muss. Das ist der Little Burl, also der Aufklärungshelikopter, der Panzerzerstörer, die mobile Flugabwehr und die mobile Artillerie. Und das Problem ist, dass Artillerie und Panzerzerstörer halt eh nur bei Armored Kill Maps sind. Und da Manu nur das normale Spiel hat, kann ich die jetzt hier nicht leveln. Deswegen geht hier eh nur Flugabwehr und... Ich bin tot. Alter, wie zum Teufel sind denn da viele Leute? Bleib mal im Leben, geh mal ein bisschen zurück. Na? Ja, soviel dazu. Ja, viel dazu. Ja, ja. Ja, wieso bin... Ja, hier könnte ich doch nicht mal kreuzweise. Wieso bin ich denn nicht hier in dem anderen gespawnt, ey. Oh. Nein, halt den Panzer. Auch wenn ich die nicht leveln muss, weil ich den schon fertig hab, aber... Und zack. Ja. Hey, ich bin deine Minigun. Pam, 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 pam. Mhm. Ich hab aber ne andere. Ich hab hier ne schwere Minigun. Die schießt zwar ein bisschen langsamer, haut dafür aber viel dickere Tropfen raus. Sehr geile Tropfen. Mhm. So, wir sind hier mal... Wir sind ja ein Offloader. Deswegen... Links! Hier, was geht denn? Was geht denn ab hier? Ach, das ist mir schon tot... Ich hab rumvibriert. Ich hab Hosen-Taschen-King gekillt. Ja, heiß... Ich hab mich gerade eben voll erschrocken. Warum... 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 Ähm... Was denn hier irgendwie so vibriert bei mir? Immer wenn ich so schieße halt. Und... Ich dachte... Hä? Was ist denn das? Aber das... Das war mal wieder mein Scheiß-Controller, den ich noch angeschlossen hatte. Hm. Der hat mich voll verwirrt. Aua. Boah. Sag mal, wir kriegen jetzt irgendwie... Sag mal, gehen jetzt alle automatisch auf mich oder was? Könnt ihr euch mal andere Ziele aussuchen? Ja. Alter, Junge! Kann der Scheiß-Heli mal auf was anderes schießen als auf mich? Hallo! Genau du da oben! Schießen wir eben weiter und bleib mal drin. Oh ja. Oh. Oh, fuck! Wie bist du denn hier gestorben, mein Freund? Alter, da oben sind so viele Leute drauf. Du hast jetzt gleich ordentlich was... Da ist einer hinten. Da, da ist einer. Ja, hier, hier auch. Weg da. Na komm, hier bist'n du. So, du hast jetzt gleich einiges an... Infanterie zu schießen vor dir jetzt. Hm. Abgesehen von den Minen, die muss ich mal. Da oben, hier links zum Beispiel. Der ist markiert, der kommt hier gleich links unten. Aber der ist Medic. Der kam hier mal. Medic! Da haben wir die ersten schon mal. Ah! Da! Ah, da! Schön. Ich muss erstmal den Minen aus dem Weg räumen, bevor ich weiterfahren kann, ne? So, ihr Huren-Söhner, guten Tag! Guten Tag, meine Freunde! Ja! Den hab ich erstmal überfahren. Jetzt ist man so süß, wie die meisten denken, dass, ähm, Granaten dem Panzer schaden würden, ey. Wir machen überhaupt keinen. Oh, hinter uns ist ein Panzer. Oh. Ah, das ist hier, ey! WTF? Bist du denn für ne Amok, ey, ey, ey? Wieso legst du dich mit dem Panzer an? Ey, nicht wegfahren! Ähm, Aua? Mano! Nein! Ah! Bum, bum, bum! Ja, komm! Wir haben so viele Smores und RPGs, die auf uns zuflogen. Ja. Da soll man die, äh, den Raketenwerfer vor Raketen nicht mehr. Ja, ich wollte mal irgendwie den Spruch wie mit den Bäumen damit kombinieren. Hm. Hallo! Hallo! Komm, zeig dich! Wer übrigens selber Battlefield-Spieler ist und sich vielleicht wundert, warum mein Spiel ein wenig, ich muss jetzt einfach mal sagen, besser aussieht als sein eigenes, dann liegt das erstens daran, dass ich so oder so auf den höchsten Einstellungen spiele. Oh, Alter! Alter! Ey, wo kommt denn der her, der Pässe? Aber unter anderem spiele ich auch mit einem Mod-Paket. Wo war der? Das, äh, ein optisches Mod-Paket, wodurch einfach mal alles viel, viel detaillierter aussieht, wie zum Beispiel die Waffe oder so ein, oder sowas. Einfach mal alles viel heftiger aus. Oh, okay, das war eine dumme Idee. Ach, Mann, das ist ein Auberger. Ja, das war ausgesehen. Da oben ist einer. Hinter dir. Und wo? Da kommen welche. Okay, da kommen gerade nur Leichen runtergerollt, aber... Da waren eben... Ja, Mann, bin ich gut. Nein. Ah, ich wurde gerettet. Finden wir es. Objektiv lost. Objektiv lost. Objektiv lost. Oh, alles explodiert. Ey, Medic! Stopp! Okay, er ist genau vor mir verreckt, das finde ich jetzt... Ey! Wow! Behindert Junge! Äh, irgendwie ist das gerade nicht so mein Spiel. Na, meinst du sowieso nicht. Aber ich bin ja echt wieder umgefallen. Ich laufe hier nur doof rum, ich laufe hier nur doof rum. Ja, du darfst mein Deck umgehen, da schießt du mir grad nen Panzer auf dich. Gar nicht wahr. Guten Tag. Ah, hi. Na, komm mal mit. Hatt' ich vor. Hier unten ist ein Typ. Ah, nee, der ist über uns. Da oben kommt da. Okay. Na, wo ist denn der Wetter, Herr Kollege? Heim. Ja. Ja, nehm. Ja. Weeeeee. Nrgh. Roadster! Brag out! Brag out! Brag out. Brag out! Brag out! Boah, schieß dich scheiße. Ah, ich hab ihn verbrundet. Komm her. Ja. Hab ihn schon. Hab ihn schon. Aber hier haben wir Hilfe bei Kill. Das ist schon mal gut für mich. Aua, aua, aua. Da sind welche in dem Haus. Ja, ich bin tot. Oh, Level 100, der wieder keine Ahnung hat, wie man Waffen richtig spielt. Von den Aufsätzen her. Ja, weil man spielt keine Waffe mit Frontgriff und schwerer Lauf. Das ist nämlich total dämlich. Wenn du klug bist, warte. Halt dich mal bereit bei mir zu spawnen. Warte. Ja, okay. Ja, ja, ich warte. Jetzt. Nice. Okay, bin drin. Nice. Cool, geil. So, jetzt darfst du schießen. Ham, 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 ham. Du hast auf zwei, glaub ich, auch solche Lenkraketen. Die, womit du Bodenfahrzeuge anvisieren kannst. Auf... ...oder? Auf zwei? Ne. Ne, pass dir gleich auf zwei. Ja, gib mal den Panzer da unten. Ja, da komm ich nicht hin. Ah, warte, warte. Hey. Nicht reparieren. Leu. Oh. Oh. Kaputt. Oh, du hast es kaputt gemacht. Ne, das war nicht ich, das war der Lacker da mit der Smoor. Na ja, ist schon klar. Na ja, ist schon klar. Dann machst du alles kaputt. Hm. Boah, ich spawn immer am Arsch der Welt von dem scheiß Heli. Jetzt kriegt der andere Sack da wieder den Heli. So wie der heißt, hat er sich auch irgendwie nur bei der Namensgebung irgendwie auf die Tastatur gekloppt. Ja, komm hier, Buggy. Yay, Buggy farm. Fahr du mal eben, ich muss mal kurz meine... Wohin? Äh, fahr mal einfach die Hauptstraße, äh, die Straße hier rechts entlang. Buggy time. Drück mal auf 3. Okay. Dann darfst du auf 2 drücken. Okay. Aha. Vor der. Steig aus, lieber. Kriegst du auf die Fresse. Okay. Nämlich mal. Hans Pilot wurde gekehlt. Ich find's nicht so beruhigend, dass mich diese eine Kiste hier nur vor den Gegnern schüssen aufhält. Aber egal. Wollen wir den mal sabotieren? Wollen wir den mal sabotieren? Also nicht näher genug. Äh, irgendwas hier zum Fahren? Nö. Hat er nur ein Buggy geklaut? Ja, wird mal. Tja, nicht freundlich gewesen. Oh, zuviel gedreftet. Mhm. So, steigt schon mal vorher aus und zwar jetzt. Der kann aber so zur Ableckung reinfahren. Hat aber nicht so viel gemacht. Nee, nicht wirklich. Guck mal hier in den Karton, äh, in den Dings rein. Oh ja. Gemütlich hier. Oh, klick dich hin, klick dich mal hin. Wir werden beschossen. Hallo. Hallo. Ey. Ich hab geschossen. Von wo denn? Von da hinten. Von da hinten. Da darfst du mal zurücksnipern. Ah, nee, du bist ja gar nicht sniper. Nee, nicht mehr. Wenn ich ihn erstmal Hitmarker gebe mit der Scheiß. Wart, schießt jetzt schon wieder. Jet. Mit Q markiert mal niemanden, oder? Ja. Warte. Warte. Der Heli hat mich getötet. Arschlo. Oh fuck, da hat ich irgendwie leichte Zirkungen. Ey, ich wollte noch schießen. Boah, jetzt haben wir wieder so einen, so einen Hurensohn seinem Gegnerteam. Ja, jetzt war ich da. Schade. Wunsch. Nicht erfüllt. Schade. Komm mit hier. Hier unten sind wir hier. Alles klar. Go, go, Power Ranger. Ein wenig Leben. Ach, von da hinten. Warte, komm mal zurück. Komm mal wieder. Da war ein Panzer. Du hast nicht zufälligerweise Defibrillator freigeschaltet, ne? Äh, ich glaub nicht, nein. Unter vier, wenn. Doch, warte, doch, halt. Dann rät's mich. Sehr gut. Ha. Unter drei hast du ein Medkit, das Ding hält uns. Aber komm jetzt mal mit. Richtig. Wir großen! Out camera!!! Hähогоger qua 와 CN – Die Dame ist ein Panzer. Ja, das ist nicht einug planes. Das ist ein Panzerwerk jeweg. Oh, komm. Ach Gott mit zum Optik. Nehm ich gleich die Jevenin in die Hand, ey. Wo ist unser Kollegah hier? Ach, scheiße, wo bin ich jetzt gekommen? Na, geil. Hier wollte ich zwar nicht hin, aber okay. Boah, war das ein Noobbette, ey. Ah, da schießt ein Panzer um mich. Den Panzer versuche ich mir jetzt zu sehen. Ne, war schon buggy. Macht er einen da oben? Da der Panzer ja Zoom-Optik hat, wie ich weiß, kann der meine Jevelin nicht abwehren. Komm her. Aua. Ach komm. Ich war doch fast da. Ja, sicher. Guck mal, er ist Level 5 und weiß besser, wie man eine Waffe spielt, als der Level 100er. Geil, unser ganzes Squad ist tot. Ich bin auch nur mit Lappen im Team, äh, im Squad, ey. Ey. Ja, und dir. Okay, von mir weißt du es ja. Ja, und dir. Das war ein Kompliment. Toll. Ja, ich hab dich nicht als Lappen bezeichnet, hab gesagt. Und die Lappen und dich. Oder die und dir. Juhu. Oh, Leibblanke. Oh, Auto. Einfach mal die Deine Placke mitnehmen. Passt schon. Dann mach ich durch. Oh, Stein. Oh, For-O-Survivors. Boah, der braucht mal eine neue Stoßstempfer. Stoßstempfer, ja genau. Stoßstempfer. Ich hab kein Skop hier. Ich hab kein Skop in der Javid. Was hast du denn jetzt? So kann ich dir nicht anwesieren. Jetzt werde ich schon wieder beschossen von hinten. Geh mir nicht auf die Eier. Alter. Ey, der hat ja echt Dauerfeuer gemacht. Der Pisse. Boah, ey. Krasser Typ. Leute, ich hab mein Spiel minimiert. Oh, ey. Man. Squad beitreten, squad beitreten. Ich hab keine Spieße an. Ich hab keine Spieße an. Nochmal minimieren. Boah, ey. Ey, was ist denn das jetzt wieder? Hallo. Ich hab kein Spieße an. Ich hab kein Spieße an. Was soll das? Okay, ich muss mal kurz. Ja, ich spiel mal kurz weiter. Mal kurz spielen, was soll. Ah, geht relativ schnell. Boah, ey. Das kann nicht wahr sein, ey. Na, jetzt hab ich wieder auf den Abgang gemacht. Boah, was soll denn das jetzt immer hier? Hallo. Boah. Hier ist grad alles am Abschmieren, ey. Läuft nichts mehr. Gar nichts. Oh, Gott, das ist beenden. Oh, ey. Jetzt hier ist die Spieße an. Ja, jetzt. Geht doch. So, 3, 2, 1, jetzt. Objektiv lost. Squad, beitreten, squad, beitreten. Da. Und da. Minen vor uns. Pass auf. Und da sind... Ohne den Panzer. Fahr zum Panzer. Ich schaff das. Da ist auch eine Mine. Mh, hab ich nicht gesehen. Und der Panzer sieht mich auch nicht. Der Panzer ist genau an mir vorbeigefahren. Der ist schon wieder. Der ist schon wieder auf dem Berg, hinter dir. Ich weiß. Ich weiß. Arschloch. LOL. Was? Technik-Koks. Ich bin die Waffe falsch und hat mir trotzdem gegeben, Alter. Boah. Komm, jetzt aber. Meine E. Ja. Meins, 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 meins. Juhu. Ich bin der E-E-E-E-E. Oh, Leute. Oh. Fuck. Ich hab ECM. Jetzt ist er wieder zu weit weg. Jetzt geht die Scheiß-Heli schon wieder auf mich. Verpiss dich. Ja, genau. Ist klar, ey. Ist klar, ey. Ist klar, ist klar. Genau. Oh, was bist du für ne Hurensohn, ey. So ein Scheiß-Pimmel, ey. Der die ganze Zeit nur da hinten am Scheiß-Born rumschimmelt, ey. Boah, geht der mir auf die Eier. Alter, wie die überhaupt nicht weit kommt, die Scheiß-Rakete, ey. Und bumm. Jetzt war ich nicht hier rum. Wieso geht denn das Ding jetzt schon auf mich los? Nein, ich spiele jetzt nicht dein Schutzschild-Tank. Fahren wir rückwärts weiter. Boah, das sind zwei Tanks. Wollt ihr mich verarschen? Dann krieg ich nicht mal einen Assist hier, oder was? Das ist noch ein Tank. Immer schön hinten drauf. Immer auf die Ommel. Aua. Blauer Panzer, du machst das. Ich bin ja ein Abbau. Ich muss auch nicht deren Schutzschild. Kann der Baum hier mal verschwinden? Danke. Oh, fuck. Ist klar. Ist klar. Oh, fuck. Alter Vater, ist das ein Scheiß? Bullshit. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich bin gerade bei dir gespawnt. Zumal werde ich dann wieder direkt abgeknallt. Komm mal bitte, Kilo. What? Kilo. Ach, da. Äh, Mann. Wo bist denn du? Hier ist unser Heli in der Luft. Oh, wir haben so ein Pin. Guck mal, weißt du, ich hasse solche Leute. Die Jahrzeiten nur hinten im Spawn schimmeln. Wie unser Heli jetzt gerade. Was sollen das da? Ja, der kämpft da sogar noch alleine, weil er seine TV-Müsse da die ganze Zeit abschießt. Hm. Aber jetzt nicht, dass gerade unser einziger Bugger auch noch ein Zeit explodiert ist. Nee, das ist der nächste Jahr. Ja, ich bin ja schon ausgestiegen. Ja, ich bin ja schon ausgestiegen. Ja, ich bin ja schon ausgestiegen. Da ist jemand. Da sind sogar zwei. Knife Service da. Uh. Du warst mein 200. Kill, glaube ich. Mit dem Messer. Nein. Oh, was? Oh, du kleiner Sack. Alter, du scheiß Viper geht mir so auf die Klöten, ey. Ohne Witz. Manu, du hast einen Kill. Was ist da los? Ja. Das ist meine erste. Warum hast du denn deinen Kill? Ich fasse es nicht. Schockiert mich zur Wust. Ja, ich hätte noch einen zweiten, aber der war schneller als ich. Ja, das war ich, glaube ich, wohl. Nee, 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 nee. Der war schneller mich abknallen, als ich ihn. Oh, es ist ja. Geronimo! Hui! Bamm. Äh, fahr du mal eben weiter. Ups. Ah, komm. Ja, jetzt geht das. Ah, jetzt. Jetzt kannst du auch wieder zwei gehen. Alles klar. Einmal was Auto drüber? Boah. Den wächst man. Der wächst man. Der wächst man. Nein, sagst du nicht. Scheiße. Wussten wir da. Hinter dir. Tod. Noon Service. Wuh. Wagi. Niemals. Niemals. Er hat mich aber auch gekillt. Da ist ein Typ vor dir. Fahr. Tschüss. Er hat mich zwar auch gekillt, aber ich habe ihn trotzdem noch überfahren. Geh mal eben, äh, zwei. Hammer geil. Vor allem, der hieß auch noch Autoschlüssel. Dass du immer gegen Steine fährst, ey. Hier ist auch noch einer, warte. Wo ist denn? Hier war gerade einer. Egal. So ein Buggy ist ziemlich Buggy zu lenken, ohne Witz. Ohne da oben, oben drauf, oben drauf, oben drauf. Ja, ich weiß. Ja, das hilft mir nicht viel, dass die Container sind drauf. Zack. Können wir satt. Oh, hier liegt noch einer. Da liegt noch einer oben drauf. Der liegt da jetzt noch, der liegt da, jetzt kommt er zu dir. Nice. Warte, 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 er guckt wieder. Schade. Den hole ich mir noch. Den hole ich mir noch. Dem, dem, dem. Oh, fuck, ja, keines im Ohr. Ey, Panzer schiebt mich nicht weg. Ja, okay. Oh, der war wenigstens gut von uns zulegen. Oh, wenn zwischendurch mal mein Spiel einfach mal meinte, nö, kein Spiel, ich hab' mehr. Aber, ja, ja, Manno, ein Kill. Ist eine gute Bilanz. Oh, ja. Aber du bist ein paar Level gestiegen, kann das sein? Keine Ahnung, kann sein. Warst du nicht früher noch Level 2? Keine Ahnung. Ich bin Level, äh, rechnen. 59. In dem Sinne, nur, dass du leider ab Level 45 einfach mal 230.000 Punkte für einen Aufstieg brauchst. Guck mal, eben bei rechts oben bei dir bei Statistik. Da steht rechts eine Zahl von wie viel in diesem Level. Wie viel ist die rechte Zahl? Also, wie viel brauchst du für das Level? Äh, 13.000. Eben, ich brauch für jeden Adlerrang, brauch ich 230.000. Na gut. Krasser Scheiß. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Tschüss.